Leute und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinen Kanal und auch noch auf ein paar anderen Kanälen und das ist nämlich CastleCrasher und mit dabei sind Daniel P und Darth Wehner schönen guten Tag genau ja liebe Freunde dann wollen wir mal Moment mal ja muss ich jetzt bereit wir müssen bereit sonst funktioniert das nicht wo mach ich nicht bereit hallo gehst auf deinen Namen da den du siehst und dann drückst du einfach äh was drück ich denn da also ich musste Y drücken mit meinem Controller ah ok Dreieck danke für die Hilfe und jetzt kommt die geile Ampel und dann geht's los Ah ja stimmt hätten sie einen linken Schalter Ah jetzt dürfen wir uns Spieler aus so geil hier äh Sub Zero welchen nehmen wir denn? Können die irgendwie was unterschiedliches oder so? Ja wir haben jeweils andere Attacken der blauert glaube ich Eis der rote irgendwas mit Blitzen den roten kann ich gar nicht nehmen der hat schon ne Beacht ich glaube der grün soll heilen oder oder sieht das nur so aus? Ah ne die haben alle Kreuze bei dir die Biss ja das sind solche Ritter du kannst den blauen nicht nehmen ich kann alle nehmen nein guck mal blau Level 10 ach leck mich doch nur weil ich ein bisschen gespielt hatte mal damals das ist aber echt schon lange her also ich nehme einfach mal den 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 äh oh gelben ja danke den kannst du nicht mehr nehmen ich nehme den roten einfach weil er so bedrohlich aussieht ok dann nehme ich den blauen haben wir uns das auch mal geklärt hier jetzt müssen wir noch 10 Sekunden warten wie jetzt das war der anfang ich war hier gerade so wunderschön am saufen nekirchen musst du erstmal reinkommen ach so ich hab sogar ich hab einen Bogen wieso hab ich einen Bogen ja kann hier irgendwie so komisch lustig rot leuchten wieso kannst du so rot leuchten? wie funktioniert denn? wie können die mehr? ich drücke einfach nur rechts 1 und dann leuchte ich so rot hier darf kannst du hier hinter so der Krankenschwester die erzählt dir was oh die erzählt mir was erzähl mir mal was Schnüppelchen ich kann die mehr über drück doch x ach ja x ist ja woanders Tierkugeln bieten verschiedene Bonus ok wenn ich mit einer Tierkugel beantfreundes werden sie loyal folgen und super erzählst du mir noch was? Tierkugeln gib mir ne Tierkugel was ist ne Tierkugel? ach ne Tierkugel nicht wie ein Tier? ach doch das folgt mir ja ich dachte gerade eben wie ein Tier hier Tier 1 und so weiter also vergessen wie man Gegenstände benutzt hier nimm diesen Haltrank drück den rechten oder linken Bumper um den Inventar ein aha drück den B ich denke ach so ja ok wir lernen dazu ok ähm ah ok ah ich 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 will auch einen Trank ich will den aber jetzt nicht nutzen ähm ich will den nicht nutzen ich kann mit den Mollendeppen nicht reden so drücke RT um deine Magie zu aktivieren ach so ok ah und drücke Y für einen Spitzangriff oh Feuer ich kann Feuer machen es lebe das Feuer ich bin Elec Man so ähm Grundlagen des Kampfes drücke X für einen leichten Angriff drücke Y nur für einen schweren Angriff ah ja fuchteln und wedeln fuchteln und wedeln sie haben die Steuerung ist berauschend seitens müssen wir jetzt mal weiterkommen hier können wir ja Übungen machen fuchteln und wedeln wedeln und fuchteln glaube ich hab's verstanden wenn ich dann hier Dingens drücke und Dreieck dann mache ich Britz ach du hast einen Bogen ich hab hier so einen komischen ähm ich weiß nicht ich glaub das sollte irgendwann mal eine Keule sein oder ich hätte jetzt eigentlich auf ein Werkzeug gedacht ich hab den ja jetzt in den Trank reingekriegt in den du mich jetzt mit denen redest da hab ich das schon ne nur rede mal mit den lieben Typen schon wieder ein Spiel ohne Double Jump wie soll ich denn das überleben au kriegen wir hin jetzt musst du die äh die die Dings-Taste drücken die obersten ah genau du hast mich angeblitzt so ja ich hab dich geblitzt Dings du hast jetzt alles vergessen was du im Tutorial gelernt hast hier ich hab dich ich hab dich erst mal verkohlt funktionieren die Trommeln? ne oder doch ne funktionieren nicht sollte aufhören B zu drücken ja da müssen wir aufpassen also wenn ich da die ganze Tränke reinziehe ich hätte doch die über den Xbox Control nehmen sollen so ist klar jetzt müssen wir auch mal weiter gehen wir haben jetzt genug die Leute hier genau einen Raum eingetrichtert oh hier sieht's ja schon gefährlich aus oh oh der König hat Angst ja und weg ist er würde ich sagen ja jetzt brüllt er uns an dass wir hinterher müssen ne ja komm dann machen wir doch hier wo sind die Gegner wo sind die Direktschweine die haben also das sind das sind sie wir können erst mal auf die Zivilisten einkloppen ey wo will der denn hin ein Amtsvetter von mir hat Kinder getötet nehm das geht meins 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 du da kommen die nächsten Deppen oh hier brrrrrr Alter, komm her! Ey komm, wenn du das mit deiner Magie machst, würde ich das auch mal machen. Los, das will ich noch Geld! Nein, nicht B drücken! Ey, das ist Ungewöhnungssache. Irgendwie von anderen Kontrollern hat man das anders in Erinnerung. Oh, die Prinzessin! Ja, die müssen wir befeuern! Oh, wie nett die da übers... Die oben kommt halt, die oben kommt fast raus! Die will ich jetzt nicht mehr haben! Die ist schon kaputt geschliffen! Oh, hier bin ich! Yeah, in the face! Geld, Geld, Geld! Da kommen noch mehr von denen! Aber und Mengen! Und der läuft hier so gemütlich! Ey, warum mache ich Magie, wenn die nicht trifft? Das ist doch voll doof! Immer draufkloppen, bis zur Umfall! Ey, das war meine! Ey, der kommt wieder! Ach Gott, ich hab jetzt auf den falschen geguckt! Ey, ich bin ja der Rote! Ja, ich hab auch gerade! Ich hab gerade auf den blauen geguckt und denk, warum lauf ich denn nicht weiter? Ach du, meine Güte! Noch mehr! Mach sie nicht mehr! Na, also, geht doch! Erstmal hier! Da ist ich draufhauen! Einfach draufkloppen! Nein, nicht draufhauen! Wie wir hier am Boden liegen! Ey, das hat einen im Kopf verloren! Hm! Ich war das nicht! Richtig so! Wir liegen da rum! Da zappelt was! Ah, jetzt hab ich auf Milo geguckt! Kein Hemd, keine Schuhe, keine Bedienung! Glaub ich hab ne neue Axt bekommen! Oh, die kann ich mir nicht kaufen! Oh, ey, jetzt hast du mir meine Axt genommen, oder was? Ja, ich hab mir jetzt nicht... Hab ich Geld? Nö! Nö! Oh, da kostet 32 Gold! Kann dir leider mein Gold nicht geben, glaub ich! Das funktioniert nicht! Ich hab nur 7! Ja, ich hab nur 6! Was soll ich denn sagen? Ich hab Gold weniger! Jo, weiter! Oh, super! Oh, das war schon das erste! Oh, das ist ja super, ne? Ne, was? Müssen wir jetzt X drücken? Ne, jetzt bist du nicht, ne? Oh, wie, was? Wir können jetzt alle gemeinsam steuern, oder was? Wow! Hey, die ist so gleich geschlagen, wo ich hier reinkomme! Ja, wie das zweite Level bei dir? Ja, das ist so gleich geschlagen! Du bist gar nicht richtig drin, dann kommen die hier schon... Gut, schlag ich mir überhaupt gerade hin, da liegt irgendwas! Nein, ich bin rausgelaufen! Da war ein Hamburger! Oh, schloll! Bin rausgelaufen! Nein! Ich wusste nicht, dass man wieder zurück... Jetzt können wir das nochmal machen! Oh, geil! Grinding! Leute, die sind da vorne! Oh, Geld, Geld, Geld! Ja, Geld, Geld! Und wegen du hast kein Geld! Jetzt hab ich's gut, jetzt hab ich schon 10! Jetzt hab ich am meisten! Wow, wo kommt ihr denn jetzt weg? Alter, zu dritt! Geht's noch viel besser, muss ich sagen! Oh, ja! Du musst uns ein bisschen verwehren, jetzt nicht mal auf dem Falschen gucken! Oh, Bananen! Ach du Affa, hast mir die Bananen geklaut! Ich wollte doch Bananen haben! Oh, ich übernehme hier mal die rechte Seite für euch! Wir sehen alle so freundlich! Was sieht hier aus? Da liegen Arme rum! Da liegen Arme rum! Ja, wer weiß, von denen die Arme kommen! Alter, ich hab das Geld drauf! Ey, Bananen, Bananen, Bananen! Das war meine Bananen! Ey, was das denn für einer? Keine Ahnung, der sieht nur unheimlich aus! Der wird aufgeschlitzt! Ey, irgendwie! Ey, der schnappt, der geht da immer noch drauf los auf den einen hier! Hopp! Isst du jetzt los? Ich bin da gerade auf einem rumgesprungen! Ja, weil der schlussst du! Oh, geilo! Ich hab einen Bogen! 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 Ich seh jetzt wegen deiner Einblendung gar nicht mehr! Ich hab auch nicht gesehen! Ich hab einen Bogen! Ich hab einen Bogen! Ich hab einen Bogen! Ach so, ja! Er belebt ihn wieder! Er belebt ihn wieder! Trotzdem gefährlich! Wow! Warum guck ich immer auf den falschen Typen wo? Ja, ist das denn neu kombo! Apfel! Hey! Er hat's immer noch nicht geschafft, ihn wiederzubeleben! Ja, wir leben lassen liegen! Tritt sich fest! Sieht nach nem Boss aus! Was ist das? Was ist das? Ach so, das ist der! Stimmt ja! Oh, krass! Agro und Nugend und so! Was machen wir da? Da kommt was! Mal ausweichen! Wow! Das wird getroffen! Das wird zum Thema ausweichen hier! Seh mich nicht! Level up! Ja! Mit AA draufdrücken und so! Alter, ich glaub ich... Werden wir dafür überleben? Hopper! Ich seh nicht! Ich seh nichts! Ich seh gar nicht wo ich hin muss! Ah! Wow! Lol! Immer schön draufhauen hier! Nein! Bin ich! Wo bin ich? Ich hab Agro! Alter! Ist... Wow! So! Nicht mit mir hier, mein Freund! Wir sollten auch mal unsere Magie benutzen! Das könnte hier frei nützlich sein! Ach Quatsch! Magie wird überbewertet! Yeah! Irgendwie hat er jetzt... Weg da! Ich hab'n Level up! Ich hab'n Level up! Ja, wo bin ich denn? Ist sie gar nicht durch das? Oh! Wo bin ich denn? Alter! Es ist immer so komisch von der Seite! Ist ein bisschen blöd bei den Gegnern! Weil man gar nicht sieht, ob man ihn trifft oder nicht! Jetzt ist er weg! Ja! Ein Foto sind das Gewürz! Ist gut, Daniel! Ist gut! Wir wissen ja, dass du es unbedingt schaffen willst, aber... Was ist denn hier überhaupt... Welche Taste? Äh... Unten liegen! Auch unten wie? Also, äh... Von den... Ah! Cool! Kann ich einen Rofelkopter machen! Ist ja schön! Ich auch! Echt? Boah, stimmt! Ich muss so mehr schleudern! Ich hau halt nicht immer mit den anderen zwei Tasten drauf! Irgendwie am einfachsten hier! Äh... Ja genau! Die Münze nicht vergessen! Geld ist... Viel wert! Ich hab' auch durchrasen hier mit dem Dredrick! Ich hab' sogar keine Schock für! Oh ja! Jetzt werden sie sowas von vermöbeln, die haben, Leute! Ich fand' eine Banane, eine Banane, die in die Luft rumgefucht! Wenn ich... Die Drehattacke hat schon was... Die ist so cool! Aber ich hab' irgendwie sowieso gerade... Teil gern aus der Luft rum! Oh, die haben noch geschlagen! Ja, völlig egal! Wir waren von einem saufen, das hat die auch nicht interessiert! Ja, das stimmt! Da haben sie einfach jemanden reingeschickt in den Fall in den Brücken! Genau! Oh! Ich treff' dich nicht, Alter! Oh, du bist schon tot! Ja, aber nicht! Oh! 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 Mal was jetzt? Alter, der... Der hat's überlebt! Hier, ihr kriegst noch ne Bogen rein hier! Ja! Alter! Das war meine Münze! Ich hab auch ne Münze! Hey, ich hab' an wenigsten mit den Brücken! Ah! Hault das Ding doch auf ihr! Mach' die Tür auf! Echt mal, lasst mich rein, hier sind Orks. Ich glaube, die wollten uns draußen lassen, kann das? Ja, kommt irgendwie hinten, dass sie uns nicht rein haben wollten, aber zu spät. Ich habe mir das Ganze hier auch nicht so ausgesucht. Ich war zwar am Feiern und Trinken, aber jetzt... Ja, und auf einmal kommen da solche komischen Leute da rein spaziert und machen hier einen auf dicke Hose und blauen Prinzessinnen schleifen sie mit dem Gesicht. Ja, die arme Prinzessin, jetzt kannst du die auch vergessen. Ja, super. Hat voll Gebrauchsspuren und so. Dass der Geld da so gemütlich im... Oh, wo ist der Boss? Ist mir gar nicht, ich höre mich da weg. Oh, der ist aber... Nee, nee, der ist es nicht. Nee, ich weiß, dass es... der da ist. Der? Wieso stehe ich hier als Erster? Der kann nicht böse sein, der hat einen Rutsack drauf. Hallo. Ist voll das liebe Tierchen. Was auf! Oh, das mich gerade von hinten sollte man ihn nicht angreifen. Boah, was ist... Alter, was war das? Übertreibt sich, Digga, hier. Was auf, wer haut zu? Oh nein. Auf, was... Oh. Sau treibend, du bist versenkt. Wir lachen. Du bist versenkt. Was auf... Oh, jetzt hat mich der Ding schon wieder erwischt. Ich hab auch vergessen, man kann ja blocken, Mensch. Man kann blocken, ja. Ja, man kann blocken. Und deine Augen. Wo steh ich denn hier gerade? Hä, wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Ah, schon wieder mit diesem Dreckstacheln. Hab ich den überhaupt... Äh, wo bin ich? Oh Gott, nein. Oh nein, jetzt hat's mich auch noch versenkt.